Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Vlog durch den Monat. Und eigentlich geht es gar nicht mehr nur um Nachhaltigkeit, sondern auch total viel um Minimalismus und um bewusstes Leben. Und wenn euch die Themen interessieren, dann würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr mich abonniert und jede Woche mit dabei seid. Und ja, diesen Monat erwarten euch wieder viele Tipps, wie ich mein Leben gestalte, was ich so mache. Und hier hinten seht ihr schon das absolute Chaos, denn ich bin gerade mitten in meiner Minimalismus-Challenge. In meiner 30-Tage-Ausmist-Challenge. Das bedeutet, ich sortiere jeden Tag etwas aus. Nämlich am ersten Tag ein Teil, am zweiten Tag zwei Teile, am dritten Tag drei Teile, sodass ich nach diesen 30 Tagen 465 Teile habe. Ja, und die stapeln sich gerade alle hier in Kartons und müssen weggebracht werden, verkauft werden, verschenkt werden, entsorgt werden. Und ja, kann es aber nur jedem empfehlen. Es nimmt so viel Ballast weg, wenn man sich wirklich mal die Zeit nimmt und überlegt, was brauche ich denn wirklich im Leben? Was steht nur rum und frisst meine Zeit? Denn entweder muss ich mich drum kümmern, ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich nichts benutze. Ich muss einen Platz, einen Raum dafür finden. Und ja, die Challenge ist mittendrin. Ich habe noch, ich glaube, 15 Tage und bis jetzt läuft es richtig gut. Guten Morgen! Wir machen heute einen Ausflug zum See und ich zeige euch mal, wie ich unsere Tasche nachhaltig packe. Unsere Getränke nehmen wir immer in Edelstahlflaschen mit. Das ist der Trinkbecher von der Alma und das ist unsere Trinkflasche. Davon haben wir zwei, sodass jeder von uns Erwachsenen eine für sich hat. Das Essen, die Snacks, sind in dieser wunderschönen Edelstahlbox drin. Dann unsere Stoffwindeln. Die sind natürlich auch immer dabei, obwohl Alma schon wirklich fast windelfrei ist. Nehmen wir die mit. Falls ihr unbedingt mal an die Windeln möchtet oder wir länger fahren, machen wir noch eine dran. Und genau, die sind dabei. Hier habe ich noch einen To-Go-Becher, aber nicht für Kaffee, sondern ich habe da einfach Obst reingefüllt. Man kann also Dinge auch multifunktional verwenden. Und die Feuchttücher von NatraCare, Safe to Flush, sind auch mit der Flasche. Vielleicht kennen viele von euch NatraCare von Menstruationsprodukten. Die Firma hat in den 80er Jahren die ersten Bio-Baumwolltampons der Welt auf den Markt gebracht. Und die Feuchttücher sind auch 100% aus ökologisch zertifizierten Papier. Wirklich, 100% aus Papier. Ach, die riechen gut. Und ja, die Tücher sind als herunterspülbar zertifiziert, weil sie nach 20 Minuten nach dem Spülgang in der Wasserleitung zerfallen. Ihr seht, es geht ganz einfach, die auch wirklich so auseinanderzuziehen. Was nämlich die wenigsten wissen und was ich auch wirklich nicht so genau wusste, dass die herkömmlichen Feuchttücher wie große drin haben, unverstecktes Plastik, aber trotzdem als herunterspülbar vermarktet werden, was aber überhaupt nicht stimmt. Die Tücher sind außerdem frei von Plastik, Alkohol, Konservierungsmittel und vegan. Die Verpackung ist aus recycelfähigem Kunststoff. Die könnt ihr in der gelben Tonne entsorgen. Und was eigentlich ganz witzig ist, eigentlich sollte das feuchtes Toilettenpapier sein. Also sie haben es als feuchtes Toilettenpapier konzipiert, aber es ist einfach mega gut für Eltern mit Kindern. Es ist super fürs Camp, fürs Festival, dass man halt Feuchttücher hat. Man die aber überall hinwerfen kann, ohne schlechtes Gewissen zu haben, weil sie wirklich kompostierbar sind. Also ihr könnt sie auch wirklich auf euren Kompost legen und sie verschwinden. Ja, und die dürfen natürlich auch bei so einem Tag am See nicht fehlen, weil da geht es immer sehr dreckig zu. Guten Morgen! Heute mache ich Deo mit euch. Ich liebe es. Es hält ewig. Ich kann es leider meistens immer nur 1-2 mit einem Jahr machen. Es dauert auch nur 12 Minuten und ist eine super nachhaltige Alternative zu Deo Sprays. Deo einfach selber zu machen. Es ist eine Deo Creme. Ich liebe es. Fertig. Das sind jetzt meine zwei Gläschen. Die müssen jetzt noch eine halbe Stunde in den Gefrierschrank. Kühlschrank geht aber auch, bis es fest ist. Ja, und dann ist es fertig. Und das war echt so schnell. Innerhalb von weniger als 10 Minuten hat man seine eigene Deo-Creme gemacht. Und noch ein kleiner Tipp. Wenn die Gläser leer sind, dann klebe ich meistens so ein Stück Tafelaufkleber da drauf und benutze es einfach als Gewürzgläschen. Ja, tülle da mal die Gewürze rein, Nelken, Pfeffer, Paprikapulver, whatever. Und wenn man da nämlich diese Tafelkreide, man kann es mit Tafelkreide einmalen oder man kann so ein Stück Tafelkreide draufkleben, kann man nämlich wunderbar draufschreiben, was auch drin ist und sieht es von oben. Und ja, kann man es wieder verwenden. Heute gibt es mal wieder ein Rezept, nämlich gefüllte Paprika mit Reis. Super easy, super lecker. Als erstes 400 Gramm Reis kochen und dann eine rote Zwiebel, eine weiße Zwiebel und drei Knoblauchzehen kleinschneiden. Fünf Champignons kleinschneiden. Jetzt enthaupte ich die Paprika, nehme das ganze Kern raus und schneide die Dächel in kleine Stückchen, die mit in die Soße kommen, dann noch rein. Die mit in die Soße kommen dann noch rein, die dann noch mit in die Soße kommen. Ich habe jetzt die Zwiebeln, den Knoblauch, die Pilze und die Hälfte vom Reis hier in diese Schüssel. Das vermenge ich jetzt alles und dann fülle ich damit die Paprika. Ich habe dann einfach die befüllten Paprika in den Topf gegeben, habe Tomatensauce dazu und das Ganze dann so 30 bis 40 Minuten köcheln lassen. Und den Rest von der Füllung mit dem Rest von dem Reis brate ich dann immer in der Pfanne an, würzt es gut, gebe ein bisschen Kurkuma dazu, dann wird es alles gelblich. Und ja, voila, es ist angerichtet. Ich muss jetzt mal eine Liebeserklärung machen an euch, die Community auf YouTube und auch die Community auf Instagram, dass ihr immer so dabei seid und kommentiert und mir auch so viele Tipps gibt. Ich habe nämlich wieder einen ganz tollen Tipp auf Instagram bekommen, da könnt ihr mir auch gerne folgen von Charlotte. Kennt ihr das Bezahlsystem Clana? Ich habe das schon öfters benutzt und da gibt es eine App und wenn ihr da eure Online-Käufe macht, da könnt ihr sofort Überweisung, Ratenzahlung etc., dann berechnet die App die geschätzte CO2-Emission. Man kriegt eine Monatsübersicht und man bekommt auch tolle Tipps, wie man dann Ausgleich machen kann. Und das, ja, vergisst man so ein bisschen, dass jedes Mal, wenn man was bestellt, die Sachen ja auch geliefert werden und es auch wieder CO2 verbraucht etc. pp. Deswegen finde ich den Tipp mega cool. Einfach, dass man dafür auch mal so ein bisschen sensibilisiert wird, was man verbraucht, wenn man die ganze Zeit bestellt. Also pupp jetzt gerne aus. Ich bin hier immer noch am ausmisten, ausmisten, ausmisten und vielleicht auch, wenn ihr entrümpelt, habe ich einen Tipp für euch. Ich würde empfehlen, dass man drei Kisten anlegt. In die eine Kiste kommt so, ich würde mal sagen, eher Schrott, den man auf die Straße stellen kann, dass Leute das noch mitnehmen. Und, ja, vielleicht der eine oder andere noch was braucht. Das mache ich voll oft in Berlin. Ich achte aber auch darauf und gehe immer wieder mal zur Kiste und gucke, dass da nichts auf der Straße rumfliegt und räume die Kiste auch weg, wenn es leer ist. Aber ich freue mich natürlich, wenn die Sachen, die für mich ramsch sind, andere noch erfreuen. In der zweiten Kiste, da gebt ihr Sachen an, die eigentlich noch schön sind, die man vielleicht verschenken kann an Geburtstagen oder die, ja, noch einen Wert haben und vielleicht noch einen größeren sind, als einfach nur auf der Straße zu stehen. Und in die dritte Kiste kommen alle Sachen, die ihr noch verkaufen wollt. Und so organisiere ich mich hier gerade ein bisschen. Und zu der Kiste, die ihr verkaufen wollt, da kann ich empfehlen, stellt die Sachen sofort nach dem Aussortieren online, weil es gibt so ein gutes Gefühl und man hat dann so viel Antrieb, wenn man sieht, hey, ich stelle es online, es wird verkauft. Juhu, ich mache weiter. Also kleiner Motivationstipp zum Thema Ausmisten. Das Wasser kocht. Ich bin gerade in der Küche und koche was leckeres Zimmittagessen. Und ich zeige euch gleich, wie ich meine Hafermilch selber mache und jede Menge Müll dadurch spare. Ich bin gerade in der Küche. ich habe noch eine buchempfehlung für euch green camping das thema liegt mir besonders am herzen ich finde van life eigentlich cool aber ich muss leider sagen dass es durch instagram so populär geworden sind und so viele menschen campen gehen und einfach null respekt der natur gegenüber haben ich sehe es jedes jahr oder auch die letzten monate habe ich es in portugal gesehen es ist ein naturpark da darf man eigentlich nicht wild campen die leute campen wild die vom parkplatz an den klippen entlang geht so ein weg das zehn meter alles voller klopapier feuchttücher müll und ist halt super respektlos die locals verärgert es total und mich als besucher auch deswegen finde ich so cool dass es bücher gibt wie green camping die einerseits zeigen wie man umweltfreundlich den van ausbauen kann dann halt nachhaltiges camping zu behören auch wie man naturverträgliche aufenthalte findet also ja auch tolle campingplätze werden vorgestellt und auch wie man sich hat so ein bisschen verhalten soll also ein richtig cooles buch kann ich sehr empfehlen für alle die sich fürs thema camping interessieren ihr lieben ich habe euch das letzte maya the glow box vorgestellt und gefragt was für ein rezept ich mal nachmachen soll und die mehrheit wollte das flüssige shampoo jetzt ist es leider so man braucht blütenwasser dafür und ich habe es bis jetzt leider noch nicht geschafft das blütenwasser zu organisieren deswegen müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden im nächsten monats video das kommt aber schon denke ich so in zwei drei wochen werde ich euch das rezept dafür zeigen vorstellen testen und berichten und für diesen monat heißt adieu danke dass ihr eingeschaltet habt wenn ihr noch tolle tipps habt die ich unbedingt hier vorstellen soll dann schreibt sie bitte in die kommentare ich freue mich wenn ihr mich abonniert ich freue mich wenn ihr einen kommentar hinterlasst einen daumen hoch und nächste woche wieder einschaltet ciao